Hallo, grüß euch. In dem Video geht es jetzt um die Erstellung einer Topologie-Klasse oder eines Topologie-Features als Werkzeug zur Überprüfung meiner Digitalisierung. Also im Kontext der Einführung in GIS an der Boku hat man da die Aufgabe 2, wo wir in diesem Arbeitsgebiet Flächen digitalisiert haben. Wir haben auch Straßen und Bäume digitalisiert, die interessieren uns in dem Schritt aber jetzt nicht. Also da geht es jetzt wirklich um Polygone, die flächendeckend da gezeichnet wurden. Und konkret geht es darum, dass man schaut, ob wir sauber gearbeitet haben und keine Fehler gemacht haben. Ein Fehler wäre zum Beispiel, das sieht man da eh schon bei diesem Beispiel am ersten Blick, hier dieses Waldpolygon, das geht da raus aus dem Arbeitsgebiet. Und hier glaube ich zu sehen, dass es kann sein, dass es eine Lücke ist. Also das wäre ein typischer Fehler, dass man über Grenzen hinaus zeichnet, dass man Lücken übrig lässt, dass man Polygone zeichnet, die sich gegenseitig überdecken. Und das wollen wir nicht. Das ist definitiv ein Fehler, nicht nur in der Lehrveranstaltung, sondern auch im echten Leben sozusagen. Das mindert die Qualität wesentlich von einer Digitalisierung. Zum Glück hat das GIS da ein Werkzeug, das mehr oder weniger praktisch ist und das ist immer eine Topologie. Und ich zeige euch das kurz vor. Das Ganze führt man über den Arc Catalog durch. Deswegen schließe ich jetzt mal meine ArcMap, ich sage nochmal speichern, schließe das und öffne meinen Arc Catalog. Ich schließe immer gern die Programme, wenn ich es gerade nicht brauche, weil ich dem GIS nicht vertraue und ab und zu zickt es ein bisschen, wenn die Dateien von mehreren Anwendungen quasi geöffnet sind. Also das ist eine ganz gute Angewohnheit. Andererseits habe ich eh schon erwähnt, man kann auch über das ArcMap, über diese Seitenleiste, auf den Arc Catalog zugreifen. Ich zeige es sich trotzdem jetzt hier, weil hier ist es übersichtlicher. Gut, also wir haben hier den Arc Catalog offen. Ich habe eh hier schon meine Aufgabe 2 und da haben wir eben als Beispiel eine fehlerhafte Digitalisierung drinnen. Und wir haben genauso, wie ihr das gemacht habt, eine Geodatenbank. Darin ist mein Feature-Dataset und darin habe ich hier mein Arbeitsgebiet und meine Lampedeckung. Das ist das, was ich brauche. Ihr habt da wahrscheinlich noch die Straßen und die Bäume drinnen. In dem Fall fehlen die jetzt, weil sie zum Vorzeigen nicht wichtig sind. Gut, das heißt, ich gehe quasi in mein Feature-Dataset, auf diese Ebene sozusagen. Und mache, wie ihr schon, wie gehabt, einen Rechtsklick da irgendwo hin ins Weiße und sage New. Und dann haben wir eben hier Topology. Und da klicken wir einfach mal drauf. Und dann kommt da so ein Wizard, der uns da hilft, das zu machen. Dann ist das gar nicht so schwierig. Dann haben wir einfach mal Next. Dann sagen wir wieder Next. Müssen wir nichts einstellen. Hier geht es darum, welche Features wollen wir bei der Überprüfung berücksichtigen. Haben wir eben unser Arbeitsgebiet und unsere Landbedeckung. Wie gesagt, wenn da mehr steht, die Straßen und so können euch wurscht sein. Weiter. Das ist uns auch wurscht. Weiter. Und dieser Schritt hier mit den Regeln, mit den Rules, der ist sehr wichtig. Da erklären wir jetzt dem GIS, was wir überprüfen wollen. Also was wollen wir eigentlich von dem Teil. Und da kann man jetzt Regeln anlegen. Jetzt ist es noch weiß. Indem man da auf Add Rule klickt. Und wir beginnen ganz einfach. Die Regeln sind mir hier in der Mitte auszuwählen. Das erste ist ja gleich mal Must Not Overlap. Und auch wenn GIS jetzt nicht das übersichtlichste Programm ist, es hat meistens doch irgendwo eine gute Erklärung. In dem Fall ist es ganz nett erklärt. Man hat immer hier ein Bild und dann eben einen Text, der eigentlich ziemlich genau beschreibt, was passieren soll. Und in dem Fall Must Not Overlap ist klar. Wenn innerhalb von einem Layer die Polygone sich überschneiden, zeigt er mir dann später einen Fehler an. Das heißt, die Regel stellen wir hier ein. Und wichtig ist auch, achtet darauf, dass hier der richtige Layer, also die richtige Feature-Class eingestellt ist. Wir wollen den Overlap nicht vom Arbeitsgebiet überprüfen, sondern von unserer Landbedeckung. Also die Polygone, die wir zeichnet haben. Gut, das wäre die erste Regel. Sagt man einfach OK. Und dann steht das auch hier. Wir brauchen noch eine Regel. Nämlich in der Liste eh das zweite gleich. Must Not Have Gaps. Auch wieder dargestellt. Wenn einfach ein Polygon quasi nicht an ein anderes angrenzt, hat das eine Lücke. Und das ist ein Fehler. Als Fehler wird auch die Außenlinie sozusagen angezeigt. Aber wenn man das weiß, dass es da halt aufhört, die Digitalisierung, kann man das ja ignorieren. Werde es später sehen. Aber eben vor allem zwischen Polygonen, wenn Lücken sind, haben wir dann auch einen Fehler. Ganz wichtig. Okay. Und die dritte Regel. Dann haben wir es eigentlich hier schon. Da geht es darum, dass unsere Digitalisierung auch wirklich das ganze Arbeitsgebiet abdeckt. Und auch nicht überlappt sozusagen. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Man kann schauen, must be covered by feature class of, must be covered by und so weiter. Ihr seht es ja, wenn man da draufklickt, wird es dann eh immer gut erklärt. Ich verwende in dem Fall must cover each other. Und dann stellt das eh gleich ein. Also die Landbedeckung und das Arbeitsgebiet müssen sich gegenseitig abdecken. Also alles, was quasi, wenn nur einer davon vorhanden ist, also wenn es über das Arbeitsgebiet hinausgeht oder auch Lücken theoretisch, dann gibt es auch wieder einen Fehler raus. Gut. Also must cover each other, unsere beiden Feature Classes, ja. Und sagen wir okay. Passt. Also die drei Regeln sind die wichtigen in der Übung. Dann sagen wir next. Da gibt es noch eine Übersicht. Passt. Finish. Dann arbeitet er kurz ein bisschen. Und dann fragt er uns, would you like to validate this Topology? Das heißt, er hat jetzt die Regeln erstellt und sich das angeschaut sozusagen. Aber das muss er dann noch jetzt ausführen sozusagen. Und naja, wir sagen ja. Wir würden das gerne ausführen. Gut. Und man sieht, was passiert ist. Es gibt jetzt hier in unserem Feature Dataset ein neues Ding, eine neue Datei. Die Topology. Die Topology ist auch mit einem eigenen Symbol gekennzeichnet. Und jetzt haben wir die eigentlich mal erstellt und das passt jetzt soweit. Das heißt, im Arc Catalog sind wir eigentlich fertig. Ich schließe ihn deswegen. Und öffne mir wieder eben meine MXD in meinen Daten. Und dann schauen wir uns an, was er jetzt gemacht hat. Gut. Also, wir können jetzt die Topology über Add Data reingeben. Ich mache es gerne über diese Seitenleiste, wie gesagt. Da habe ich eben auch zugleich auf den Catalog. Also alles, was wir da gerade gemacht haben, geht hier auch theoretisch. Ihr seht, wenn ich hier auf mein Feature Dataset draufklicke, mit Rechtsklick, habe ich auch die Möglichkeit einer Topology. Also, für Fortgeschrittene, die kann man so auch schnell arbeiten. Auf jeden Fall, wir haben jetzt hier drin unsere Topology. Und man kann das dann einfach reinziehen. Und ich lasse es einfach los. Und jetzt fragt er mich noch, ob ich quasi alle Feature-Klasses, die bei dieser Topologie-Überprüfung involviert sind, hinzufügen will, auch zu meiner Karte. Da sage ich Nein. Warum? Die haben ja schon da. Also das Arbeitsgebiet und die Landbedeckung liegen ja schon da drinnen. Und die brauche ich nicht ein zweites Mal reinschmeißen. Also, in dem Fall dann wird es Nein. Und man sieht eigentlich sofort Ergebnisse. Man sieht hier einen Haufen roter Markierungen. Und das sind jetzt eben unsere Fehler. Wie gesagt, da haben wir eh gleich mal über, also es ragt hinaus über das Arbeitsgebiet. Die Lücke, die ich vorher erwähnt habe. Also, da haben wir gleich mal eine Reihe von Fehlern. Und wie gehen wir jetzt damit um? Primitiv gesagt, man könnte auch sagen, man sieht jetzt hier was Rotes. Und man schaut sich das dann einfach an und bearbeitet halt zur Digitalisierung. Das geht natürlich auch. Eskis hilft uns aber auch ein bisschen bei der Fehlersuche. Und dazu muss man erstens wieder im Editier-Modus sein. Ich sage jetzt hier bei der Landbedeckung wieder Edit Features und Start Editing. Dann kommt eben die Editor-Leiste. Die ist wichtig. Wie könnt ihr euch hier erinnern? Wenn so irgendwas fehlt, wenn irgendwelche Leisten fehlen, oben einen grauen Rechtsklick. Und dann kann man sich das in der Liste suchen. Die Editor-Toolbar ist wichtig. Was wir dann auch aktivieren können, bei mir fehlt es eh, ist die... Das seht ihr jetzt nicht, weil es so weit unten ist, aber da gibt es eine Toolbar, die heißt Topology. Das ist die, die habe ich gerade aktiviert. Die ist jetzt eben auch ganz hilfreich. Ich gebe es jetzt da oben hin, wie wir mehr sehen. Also die zwei Sachen helfen uns jetzt beim Arbeiten. Also was haben wir da jetzt für neue Werkzeuge? Da gibt es eigentlich eine Reihe. Das ist schon mal ganz wichtig. Hier dieser Knopf und dieser Knopf. Das heißt Validate Topology in Current Extent. Dieses Validate haben wir ja eh gleich gemacht, nachdem wir die Topologie erstellt haben. Es geht darum, wenn wir jetzt Änderungen vornehmen in unserer Feature-Klasse, also in unserer Lampedeckung, dann aktualisiert der jetzt nicht automatisch leider, dass der Fehler weg ist. Sprich, wenn ich jetzt da diese Lücke füllen würde in der Wiese, dann würde es eigentlich passen, in Wirklichkeit. Aber ich müsste hier nochmal auf den Knopf klicken, damit er das dann auch in meiner Topologie-Überprüfung aktualisiert. Also das werden wir dann eh noch verwenden. Und hier rechts haben wir noch super Sachen. Einerseits das Fix Topology Error Tool. Die Idee ist, man klickt drauf, man klickt auf den Fehler, zum Beispiel hier. Dann haben wir jetzt einen Fehler, dann kann ich rechts klicken. Und dann habe ich da ein paar Möglichkeiten. Es gibt immer die Zoom-To-Möglichkeit, was gut ist, wenn der Fehler klein ist, dass man sich das genau anschaut. Und eine Reihe von Sachen. Und wichtig ist hier unten, in dem Fall gibt es nur Create Feature. Hier gibt es immer, abhängig von meinem Fehlertyp, ein paar Möglichkeiten, diesen Fehler zu reparieren. In dem Fall haben wir eine Lücke. Und das heißt, er schlagt mir hier vor, Create Feature. Und ich rutsche jetzt ein bisschen rauf, damit ihr das seht, was da dabei steht. Und da steht dann immer dabei, was das macht. Ich meine, in dem Fall ist es recht einfach und logisch. Da steht Create Feature, sprich er macht dann Polygon, zeichnet er da rein in die Lücke und füllt das aus. Das könnte ich jetzt übrigens gleich mal probieren. Bumm. Was ist jetzt passiert? Es ist immer noch rot, aber man kann übrigens da links jederzeit die Topologie ausblenden. Genau. Also ihr seht, das ist dann oft im Weg, diese roten Linien. Also ich gebe das einfach mal weg. Und ich sehe, hat da ein Polygon jetzt reingezeichnet. In diese Baumreihe oder Hecke oder was immer das ist. Das ist eigentlich ganz cool. Also er hat mir automatisch das gefüllt. Wir haben da allerdings einen Nachteil. Er weiß ja nicht automatisch, welche Landbedeckung davor herrscht. Ich schaue jetzt kurz in die Attributtabelle. Genau. Hier ist unser neues Polygon ausgewählt. Ich sehe jetzt das Problem. Landbedeckung, also unsere Zuweisung, da steht jetzt einfach 0 drinnen. Sprich er checkt das nicht automatisch, ist eh klar. Das heißt, wenn ich das so arbeite, müsste ich jetzt im Nachhinein hingehen und da, weiß ich nicht, 1, ja 1 ist Wald, 1 reinschreiben. In dem Fall auch hier den Text reinschreiben. Das heißt, ich muss nachher nochmal drüber schauen, damit das auch wirklich passt. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit, schon mal Fehler auszubessern. Ich sage gleich mal Speichern hier. Genau. Und jetzt kann ich euch das gleich zeigen mit dem... Validate-Dings. Ich mache das mal wieder groß. Also ich habe jetzt eigentlich das so korrigiert, aber er zeigt immer noch einen Fehler. Aber wenn ich ihm jetzt hier draufklicke, Validate Topology, schwupps, jetzt ist der Fehler weg. So wollen wir das. Nichts rot. Gut. Also das ist ein Weg, dieser Pfeil. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig und ab und zu probieren wir mal was anderes. Zum Beispiel hier ist ein Polygon zu viel oder was auch immer das ist. Wenn ich hier rechts klicke, naja, hier zum Beispiel, genau. Da gibt es da oft mehrere Möglichkeiten. Hier zum Beispiel Substruct. Remove the portion of the feature that's causing the error. Sollte in dem Fall auch gut funktionieren. Aber ja, ich zeige euch dann, welche Wege es noch gibt. Wichtig ist auf jeden Fall, diese Funktionen hier sind oft ein bisschen kryptisch, aber es ist eigentlich relativ genau erklärt in dem Text hier. Schaut euch das in Ruhe an. Gut. Einen Knopf haben wir hier oben noch, der ist ganz wichtig. Dieser Button aktiviert den Error Inspector. Und ich klicke da drauf und ihr seht es da unten, kommt ein neues Ding. Das ist der Error Inspector und hier kann ich mir die Fehler geordnet anzeigen lassen. Erstens kann ich hier mal auswählen, welchen Fehler ich gern sehen will. Zum Beispiel, ich sage, okay, gibt es irgendwelche Overlaps? Klicke da drauf. Sag Search Now. Und dann haben wir schon, okay, hier gibt es zwei Fehler. Und so lässt es sich eigentlich ganz angenehm arbeiten, weil ich habe es schön aufgelistet. Ihr seht auch, wenn ich da jetzt einen anklick, da wird schwarz dann markiert und hervorgehoben. Das heißt, ich kann schauen, ha, der ist dort und dort. Also wir haben hier zwei Überlappungen. Ich kann auch, wenn ich Rechtsklick drauf mache, bekomme ich quasi das gleiche Menü wie mit dem Error Inspector Pfeil Dingsbums. Sprich, ich kann hier zum Beispiel sagen, okay, Zoom to. Dann zeigt er mir, aha, hier ist irgendwas los. Ich schaue mir das mal an. Was haben wir da? Ah, ich sehe schon. Da wurde dieses Polygon von dem Haus da einfach über dieses Wiesenpolygon drüber gezeichnet. Das heißt, das liegt jetzt drüber und das ist schlecht. Gleiche Vorgehensweise wie vorher. Ich kann hier sagen, jetzt mal Rechtsklick. Ah, ich sehe das wieder schlecht. Ich nehme deswegen den Pfeil und sehe jetzt das vielleicht besser. Genau. Hier haben wir jetzt mehr Möglichkeiten. Substract. Ich glaube, dann schneidet er einfach ein Loch rein. Merge. Ja. Also ich sehe jetzt, da wird es sofort ein bisschen kompliziert. Also das ist quasi eine Spielerei, würde ich mal sagen. Ich zeige euch dann anhand von dem Fehler, wie man es noch machen kann. Aber so kann man auf jeden Fall sich vorarbeiten. Man schaut hier die Fehlertypen sich durch. Man klickt auf Search Now. Das muss man immer aktivieren. Und dann sollte es einem eigentlich anzeigen, immer im Ansichtsbereich allerdings, wo wir Fehler haben. Okay. Was wollte ich euch zeigen? Ja. Ihr könnt es, wie gesagt, natürlich auch manuell dararbeiten. In dem Fall, wenn ich das jetzt wieder ausblende, ich blende das auch wieder mal aus. Und in dem Fall weiß ich, okay, ich habe hier eine Wiese und man sieht hier am Umriss, dass das Ganze die Wiese ist und darauf liegt, und wenn man draufklickt und es ist übereinander, kommt übrigens hier dieses Symbol, darauf liegt eben dieses Haus. Das will ich nicht. Und wenn mir die Werkzeuge da jetzt, wenn es ein bisschen spinnt sozusagen und es macht nicht das, was ich will mit diesen Air Inspector Tool und Fix Tool, dann kann ich es auch manuell machen. Sprich, ich würde das jetzt so machen. Ich zeige euch jetzt einen super Move. Ich klicke auf die Wiese und lösch sie. Warum mache ich das? Weil ich mit dem Autocomplete Polygon geübt bin. Das heißt, ich zeichne mir jetzt diese Wiese wieder rein. Ganz normal, wie man es kennt. Das heißt, ich klicke auf Grünland. Und hier unten bei meinen Werkzeugen nehme ich eben das Autocomplete Polygon Tool. Und ein guter Schmäh ist, wenn ich eine Linie quer durchziehe durch die Fläche, die ich füllen will. Also wenn die, vorausgesetzt die Fläche ist abgeschlossen. Also ich ziehe die durch, mache jetzt wieder einen Doppelklick. Dann füllt er mir die Fläche komplett. Der einzige Schritt, den man dann noch machen muss, ist, das sind jetzt zwei Polygone, wegen der Linie, die ich gemacht habe. Der einzige Schritt ist, dass ich dann noch hergehe. Es ist eh gleich markiert. Dann gehe ich noch auf Editor und klicke auf Merge. Das kennt ihr vielleicht eh. Und mit Merge kann ich eben Polygone verbinden. In dem Fall ist es wurscht, welches ich auswähle. Also ich merge die beiden einfach zusammen. Und voilà. Wenn ich jetzt anklicke, sieht man, okay, jetzt sind das zwei verschiedene Polygone. Also so arbeite ich ganz gern, wenn solche Fehler passieren. Schauen wir uns das jetzt wieder so an. Er hat das jetzt sogar den Fehler verstanden, dass der Fehler weg ist. Trotzdem ist es immer ganz gut zwischendurch, wenn man ein paar Fehler ausbessert hat, da draufklicken, damit er es wieder aktualisiert. Genau, das sind so die wesentlichen Werkzeuge, würde ich sagen. Sonst fällt mir eigentlich nichts mehr ein. Ich probiere das jetzt noch kurz aus, ob das da mit dem Substract gut funktioniert. Also ich habe ja stets hinaus über das Arbeitsgebiet hinweg. Ich sage mal Substract. Okay. Schaut nicht so schlecht aus. Aktualisieren. Ja, genau. Super. Also jetzt hat er einfach das abgeschnitten, was zu viel war, sozusagen. Genau, also das sind ja die wesentlichen Sachen. Lücken füllen. Ich zeige es dir nochmal her, du könntest das auch manuell machen. Also entweder füllst du die Lücke mit diesem Fixed Topology File oder halt mit dem Inspektor. Wenn ich hier so eine Lücke habe, wie gesagt, ein guter Trick ist auch, ich zeichne einfach einen Strich durch mit dem Autocomplete Polygon Tool. Also ich klicke hier auf Wald, sage Autocomplete Polygon. Manchmal könnte jetzt sagen, es ist eine Baumreihe. Na ja, sagen wir, es ist eine Baumreihe. Autocomplete Polygon, mache einen Strich durch, also Doppelklick. Bumm. Das ist gefüllt. Ich sage wieder Merge. Okay, passt. Das heißt, jetzt habe ich das gefüllt. Der Vorteil ist, wenn ich so zeichne, sprich ich wähle hier aus, was ich zeichne und dann Autocomplete Polygon. Wenn ich jetzt in meine Attribut-Tabelle schaue, warum hat man das jetzt nicht übernommen? Ich hätte gerne das ausgewählt. Na, komisch. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Dieses Feature. Ah, vielleicht ist es einfach weiter unten. Übrigens, hier kann man wechseln die Ansicht. Also hier kann ich sagen, ich will nur die Anzeigen, die ich gerade ausgewählt habe. In dem Fall ist das praktisch. Der Punkt ist, ich habe dieses Polygon manuell gezeichnet und der Vorteil ist, er hat mir hier die Nummer gleich reingeschrieben von meiner Landnutzung. Den Text halt nicht automatisch, weil wir mit Nummernsystemen hier arbeiten. Aber das ist der Vorteil, wenn ihr das selber reinzeichnet und nicht diese Ausbesser-Werkzeuge verwendet. Gut, also soviel zur Topologie. Wie gesagt, wenn es ein bisschen schwer ist mit diesem Fixed-Topology-Ding und so, wenn ihr es nicht quasi richtig macht, wie ihr euch das vorstellst. Manchmal ist es wirklich schneller, ihr löscht halt das Polygon, das falsch ist und zeichnet es nochmal neu drüber. Und dann soll es passen. Gut, wie gesagt, habe ich hier gerade gemacht. Nie vergessen, Save-Edits, Stop-Editing. Nur dann ist es wirklich gespeichert. Und dann sollte das eigentlich auch funktionieren.